Hallo und herzlich willkommen bei Obo Wettermann zu unserer Produktvideoreihe Kompakt erklärt. Heute sehen wir uns das Produkt QuickPipenair an, hier bei uns in der Akademie. Und wer kann uns das besser erklären in der Akademie als der Leiter der Akademie, Carsten Austinert. Carsten, schön, dass du hier bist. Wir kümmern uns heute oder sehen uns das Produkt QuickPipe näher an. Seit 20 Jahren im Markt, also ein Erfolgsprodukt aus dem Hause Obo Wettermann. Was genau macht das Produkt denn so erfolgreich? Das Geheimnis ist der Name QuickPipe. Das heißt nicht, dass wir es schnell hergestellt haben. Das heißt, die Nachinstallation ist wesentlich einfacher und wesentlich schneller. Weil sonst muss man früher mühsam Leitungen nachlegen in ihre Rohre, die offen waren, hoffentlich genug Platz hat. Heute drehen wir das Rohr einfach zur Öffnung und siehe da, wir können Leitungen so einfach nachlegen, wie ein Scharnier öffnen, wie ein Kabelkanal mit einer Decke. Und das in verschiedenen Größen, M16, M20, M25 bis zu M32, in weiß und in lichtgrau. Macht natürlich nur Sinn, wenn das ganz, ich muss, muss alles stimmen, nicht nur die Leitungen müssen stimmen. Zum Beispiel, irgendwann ist ein QuickPipe-Rot zu Ende, nach zwei Metern, haben wir ein Verbindungsstück. Ähnlich, Knick, zu. T-Stück, öffnen, schließen, nachbelegen. Also all das, was du in der normalen Installation findest, haben wir hier auch alles auf QuickPipe gedacht. Und wir ziehen das konsequent durch, auch beim 90 Grad Bogen, auch QuickPipe. Ein wunderbares Produkt und wenn man es hier reinsteckt, man sieht auf den ersten Blick nicht, ist es ein normales Installationsrohr oder ist es ein Ohr zum Öffnen. Super, dann würde ich mal sagen, kompakt erklärt, wie es sein soll. Vielen Dank für die kurze Erklärung, für unser Erfolgsprodukt QuickPipe und dann wollen wir mal installieren. Dankeschön.